hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf diesem kanal wir befinden uns heute in berlin und testen heute den wahrscheinlich gehyptesten burger nämlich goldie wir haben jetzt gerade schon bestellt es ziemlich voll auf jeden fall 46 euro die beliebte käse dinger also wir haben einmal den smash bruder double und den smash blt double dazu pommes und soße bis gleich so freunde wir haben jetzt endlich die bestellung bekommen es hat tatsächlich gar nicht so krass lang gebraucht obwohl es echt voll war und ich bin jetzt wirklich sehr gespannt wie es schmeckt weil ich habe noch nie smash burger gegessen aber ich würde sagen wir fangen erst mal mit dem pommes an da bildet sich eine schicht auf der käse soße so eine haute okay probieren wir mal wo die so milch wie diese sahne dinger kennt ihr diese sahne ecken die pommes sind sehr crispy aber ich finde da fehlt salz mir fehlt irgendwie immer salz also die soße ist für mich eine 8 von 10 und die pommes eine 9 von 10 weil salz fehlt aber die sind schön dünn und ich würde sagen wir kommen jetzt einmal zum hauptstück wenn ich es hochkriege okay also wir haben double genommen das sind glaube ich karamellisierte zwiebeln und bacon natürlich dazu ich bin so gespannt ich bin so gespannt die sind ja auch selber gemacht und ich finde das brot ist perfekt ist so ein bisschen angebraten von der seite also es ist auf jeden fall mein lieblings burger ich habe noch nie einen besseren gegessen und das kann ich nach einem bis sagen also 10 von 10 auf jeden fall jawoll also wenn euch das video gefallen hat das kurze video lasst doch gerne ein like und ein abo da um keine taste test mehr zu verpassen bis zum nächsten mal